servus und damit recht herzlich willkommen zurück zu minecraft hier auf dem channel bei uns dort dauer um heißt das dort habe ich das schon mal geklärt das habe ich einfach dort genannt weil ich bock hatte ich demnächst ohne ein kleines projekt zu dem besagten dort machen möchte das hier wird immer irgendwie ähnlich sein der stadt architektur unterscheidet sich ja an städten meistens nicht so großartig die sehen ja irgendwie moment denn ich alles geil was gewesen wenn die hier ein ding set ist sagte das hier muss das so rein wenn du hier eine tür rein macht dass sie dann mittig sitzt oder das leider nicht funktioniert habe ich da eine kleine karte er hat da irgendwo noch so ein akazienholz die da ne akazienholz zwischen und halt absolut gewesen wenn die die halt ja das auch schon wenn du kannst höchstens so machen der fenster klettern da kommst du dann raus da machen wir ja dicht das haben wir verkackt machen wir auch alles dicht haben wir keine macht nichts bevor wir raus gehen zeigen wenn wir erst mal hier an weitermachen wollen das machen das kannst du so lassen anders bringt es das nicht aber hier wirst du was anderes machen auch bild ergibt nicht so das und das das und das zack und hier genau dasselbe das ohne dummheiten ich muss mal was anderes versuchen jetzt hier trennt er tut sie ja da nicht dranhauen geht höchstens döner ja ja und Das geht nur so weg. Das geht nur so weg. Das geht nur so weg. So, hier müssen wir mal schnell noch Erde rausbuddeln. Ich habe noch Reisen. Das geht nur so weg. Und weiter. So. 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 Seehhh. So. So. Wenn wir das mal ein bisschen hübsch aussittern, beleuchteten Lattdärm und sowas in der Richtung. Ich hab ewig kein Händler mehr gesehen. Mal kurz was ausprobieren. Ich hab ihn hier noch nicht. Ich hab ihn hier noch nicht. Ich finde sie da nicht schade. So was im Boden sind wir jetzt hier? Nein. besorgen einfach ein eichhölzböden einfach eichhölzböden reinzimmern der war eigentlich gar nicht mal so schlecht machen wir einen schwarzeiche boden und wir noch die hier so ist mir noch einen schwarzeiche boden das sind die restlichen schwarzeiche planen ab ab so machen wir das jetzt mit dem kamin den mann spitzern geben ob er den geist auch mal stufen nehmen wir als treppenaufgang denke ich ja da haben wir nämlich einiges dauern jetzt machen wir das hier rein dann machen wir hier auf einer seite auf jeden fall zu so 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 ich als zwischenboden immer fichte hier haben wir die Eichelstämme schon 1 2 ja und das Das ist 1, 2, 3 7 Ich hätte noch ein Haus rausholen Was haben wir jetzt da? Tiggies haben wir jetzt nicht mehr dabei Ein bisschen Kohle brauchen wir trotzdem noch Was haben wir noch? 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 Was haben wir noch ein paar Bälle? Oh, was haben wir noch nicht? haben wir keine fenster rein hinten kommen halt und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten danke fürs dabei sein und wie immer bis zum nächsten mal